So, ich bin wieder zurück. Hallo Paris, hallo. Ich habe dich gesehen. Bin ich schon im Bild? Nein. Hallo Paris, hallo. Hallo Paris, hallo, hallo. Hi, es ist ein Pfeuer, es ist ein Pfeuer zu treffen. Oh mein Gott, ist das für real? Ja, das ist für real, das ist für real. Oh mein Gott. Ich sehe, du hast ein schönes Katt. Ja, willst du ihn sehen? Ja, ich möchte ihn sehen. Ja, ich möchte ihn sehen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, er ist sehr süß. Oh, danke. Wo bist du jetzt? In den Philippinen. Okay, in den Philippinen. Ja, cool. Wow. Du hast meine... Boxer-Short gesehen. Oh. Du hast meine Boxer-Shorts gesehen. Ja. Du hast meine Boxer-Shorts gewonnen. Ja. Du hast meine Boxer-Shorts gewonnen. Du hast die Fan-Club gewonnen. Du hast eine große Party, die Boxer-Shorts gewonnen. Ja, das ist natürlich. Ich erinnere mich, weil mein Freund mich im Mittagessen gebeten. Ich bin schon in bed. Ja, okay. Und dann bin ich auf und dachte, was? Ja, wirklich? Oh mein Gott, vielen Dank. Es ist sehr komfortabel. Danke, dass du es magst. Ich bin so glücklich. Ja, ich hatte es in meinem Locker Room in den letzten drei Jahren. Oh. Und dann habe ich gesagt, wenn wir die German Cup gewinnen, wir gehen nach Berlin und bei der Party, ich werde es kaufen. Oh. Es war großartig. Es war großartig. Danke. Ich bin so glücklich, dass du es gesehen hast. Ja, danke. Und du arbeitest für FC Bayern Fan-Club oder bist du nur ein Mitglied? Ich bin ein Mitglied. Okay. Für die Fan-Club in Thailand, ja. Okay, okay. Du bist glücklich mit unserem Double-Win? Ja. Und ich hoffe, es ist Triple-Win. Ah, ja. Das ist gut. Das ist gut. Ja, wir arbeiten für ihn. Heute hatten wir eine Training-Session. Weil ich ein bisschen wehre, weil unser Fitness-Coach hat einige schwerere Übersetzungen für uns. Die Team ist in guter Form. Und ja, wegen des Corona-Virus können wir nicht die Asien-Tour dieses Jahr machen. Aber es ist auch schön, ein Video-Chat mit dir zu haben. Ja, mir auch. Ich bin ein bisschen schockiert. Ich brauche etwas Oxygen. Ja, du kannst ein paar Sekunden und wenn du brauchst. Aber ich denke, du machst einen guten Job. Ja, ich bin es. Ja. Es ist gut. Es ist gut. Du siehst gut. Oh, danke. Danke. Für dich und für die Fan-Club habe ich ein spezielles für dich, weil du mir diesen excellenten Boxer-Short gegeben hast. Ich habe ein spezielles Bavarian Lederhosen für die Fan-Club. Oh, danke. Vielen Dank. Ich werde es schickern. Ich werde es schickern. Ich werde es schickern. Ich werde es schickern. Und wir werden es in Thailand senden. Oh, das ist wirklich so schön. Und wenn wir die Triple gewinnen, du musst es schickern. Und es schickern. Und es senden zu FC Bayern. Okay? Okay. Ja, perfekt. Ja, ich versuche. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe noch eine Präsent. Es ist sehr überraschend. Aber ich habe eine Karte. Eine Karte für Mädchen. Für mich? Ja. Ich kann diese Sprache nicht lesen. Aber ich denke, es ist für dich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wenn du möchtest, ich kann es schickern. Und das ist für dich. Ich kann es schickern. Ich kann es schickern. Oh, danke. Und dann hast du eine neue Karte für den letzten Schritt unserer Saison. Das ist die wichtigste Teil. Ja. Wenn wir die Champions League attackieren. Ja. Danke. Danke so sehr. Ja, kein Problem. Nein, kein Problem. Wow, du bist der beste. Ich hoffe, dass du fernst. Ich freue mich, dass du fernst. Und wir können uns die Champions League gewinnen. Ja. Ich freue mich, dass du fernst. Ja. Ich freue mich, dass du fernst. Das ist richtig. Okay. So, danke für die schöne Videocall. Für mich war es ein Wunder, aber du hast mich sehr überrascht. Ja. Ich freue mich. Okay. Danke für deine Zeit. Bye, bye. Bye. Dann. Bis zum nächsten Mal.